Verdammte Scheiße! Tut mir leid, dass ich stören muss, aber es gibt noch mehr Ärger. Bishop, bist du da? Ich höre es. Du weißt, was zu tun ist. Ich öffne eine Brücke. Weißt du, Deacon, ich glaube, Abstergo ist immer noch sauer wegen deines Jobs letzten Monat. Was du nicht sagst. Okay, die Brücke ist offen. Los! Man kann wohl nicht in Abstergen-Siegen-Daten-Schliffeln ohne Staub aufzuwürbeln. Wir haben nicht nur geschnüffelt. Wir haben Daten bestohlen, Vorläuferproben zerstört und ein paar Server gecrashed. Das sollte reichen. Okay. Jetzt wird es lustig, oder? Sagt es bitte. Jetzt wird es lustig. Jetzt komme ich wieder hin. Lass mich nur erst mal hoch. Ich habe ja voll auf den Boden geklatscht. Hä. Ein gelöstes Rätsel. Sequenz die mir auch schon mal ändert. Ey. Das ging ja schneller als Haare waschen. Ey, unglaublich. Wo bin ich? Okay. Wo bin ich? Da ist besetzte Paris. 1944. Was? Weg. Wir sind schnell weg. Zweiter Weltkrieg also. Ich versuche es, den Eiffelturm zu erklimmen. Wie können die mich sehen? Ich bin gar nicht da. Wo führt die mich denn? Wo ist das? Boah. Puh. 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 Wollen wir wohl was abgezogen, ey? Ich hoffe, ich laufe jetzt mal richtig. Ich hoffe es. Ich hoffe es mal, oh! Ich weiß nicht wie hoch es ist, aber es geht glaube ich sehr hoch. Ich hoffe es. Scheiße Das hat Spaß gemacht Also Ihr wisst, was ich meine Da oben, okay Da ist ja gut, ey Sollte er erstens gar nicht machen und zweitens noch weniger Mehr soll er gar nicht Und hoch Auf geht's Auf geht's Auf geht's Und Auf geht's Und weiter. Ach, nicht schon wieder. Von mir aus. So. 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 Yes. So. 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 So.